Das Aufstellen eines Vogelfutterhauses ist nicht nur für die Vögel ein Gewinn, sondern auch eine Bereicherung für jeden Garten. Platzieren Sie das Häuschen in der Nähe von Sträuchern oder Bäumen, um den Vögeln Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. Stellen Sie sicher, dass das Futterhaus mindestens zwei Meter von Glasscheiben entfernt ist, um Kollisionen zu vermeiden. Ein leicht zugängliches Futterhaus erleichtert die Pflege, ein herausnehmbarer Futterkasten sorgt für Hygiene. Reinigen Sie das Vogelfutterhaus regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln, um Krankheiten vorzubeugen. Das Futter sollte ebenfalls regelmäßig gewechselt werden, denn frisches Futter lockt mehr Vögel an und verhindert Schimmelbildung. Platzieren Sie das Futterhaus so, dass die Vögel vor Fressfeinden geschützt sind und bedenken Sie dabei, dass Sie es auch selbst gut erreichen können sollten.